Das Skaten halten mich fit, damit jeder Morgen aufstehen kann. Meine Arbeiten hier in der SUHA sind sehr vielfältig. Unter anderem mache ich Reinigungen, Gärtnerarbeiten und Wartungen. Bei der Reinigung achte ich darauf, dass ich systematisch und sorgfältig arbeite. Für diesen Beruf musst du handwerklich begabt sein und sauber arbeiten können. Ich finde es schön, dass sie mir vertrauen und ich auch selbstständig arbeiten kann, aber ich immer Hilfe bekomme, wenn ich sie brauche. Wir Lernenden haben es so gut zusammen, dass wir sogar jeden Mittag essen gehen. Mir gefällt es, dass ich auch in der frischen Luft und im grünen arbeiten kann. Ich kann meine Kreativität ausleben, indem ich ein Blumenbeton gestalte. Zum Fachmannbetriebsunterhalt gehören auch Wartungen und Anlüftungsanlagen dazu. Ich bin zu der SUHA gekommen, weil es ein grosser Betrieb ist und ich viel lernen kann. Kein Tag ist wie der andere. Habt ihr auch Lust auf so eine Vielfältige Lehre? Bewerbt euch jetzt bei der SUHA. Wenn mich so an zu montangen, habe ich noch einen hoher, Ich bin, zumachen. Säge. Ich bin mir, zumachen. Ich habe nicht gesagt, dass ich mir schüttere. Ich bin mir, zumachen. Ich bin mir ein, ich bin mir. Das ist mir.